Hallo Reds & Community. Wir sind hier für euch in Berlin vor Ort. Wie ihr sehen könnt, haben wir richtig fieses Wetter. Wir sind allerdings nicht da, um für euch Spielberichterstattung zu machen. Wir sind da, um eurer Meinung eine Plattform zu geben. Euer Wort, unsere Plattform und viel Spaß dabei. Ich bin der Perle, oder der Felix. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt-Oder. Ich habe da schon bei den Frankfurt-Oder Redcocks gespielt in der Jugend. Ich bin dann beruflich nach Bayern gezogen und habe da die geilsten Leute und das geilste Team Bayern kennengelernt. Wir haben dieses Jahr erfolgreich die Landesliga gewonnen. Wir sind mit einer Liederlage aufgestiegen. Nächstes Jahr wieder Bayern Liga Süd. Zeigen, was wir können. Ein paar kriege ich zusammen. Alle kann ich dir nicht sagen. Ein Kumpel von mir, Matthias Böhm, sei gegrüßt. Der spielt bei den Potsdam Royals in der Starcenter. Er hat damals schon zusammen in Frankfurt gespielt. Er verfolgt da natürlich hin. Wir sind jetzt aufgestiegen. Richtig geil. Letzte Woche waren wir mit den Jungs zusammen in Kirchdorf gewesen. Ist ja von uns nicht weit weg. Auch Glückwunsch dahin zum Aufstieg. Jetzt kommt natürlich noch mehr zusammen alles. Wir spielen gegen München 2 nächste Saison wieder. Die München 1 spielt GfL 1 Ingolstadt. Wir haben Football Deutschland geht nach vorne. Wird richtig geil. Wird richtig geil. Wir merken es auch bei uns im Verein. Durch dieses Run NFL haben wir verdammt viel Zulauf. Aber da sind auch viele wirklich ziemlich unerfahren, was so Football Deutschland angeht. Aber mit Red Zone und mit den ganzen Vereinen, die wir in Deutschland haben, müssen wir es irgendwie schaffen, nach vorne zu kurbeln. Wie gesagt, das Interesse von den Jungs ist da. Jetzt muss sich jeder selber an die Eier packen, ob er die Eier hat, Football zu spielen. Weil Football tut weh. Jetzt müssen wir Gas geben, damit wir Publik machen. Damit wir eben auch mal, vielleicht alle irgendwann mal in so einem riesen Stadion spielen können. Jetzt müssen wir Gas geben. Wir haben letztes Jahr im Winter, das ist dieses Jahr auch geplant, so Kliniken mit Coaches von Comets und Quarterbacks von den Munich Cowboys oder von Ingolstadt. Der Kief kam letztes Jahr zu uns. Wir sind dabei und unsere Headcoaches sitzen da auch mit ganz vielen anderen zusammen. Wir machen Scrimmages gegen stärkere Mannschaften, wo wir wirklich gucken können, welchen Stellenwert wir haben. Und klar, es ist natürlich schön, auch mal hoch zu gewinnen. Aber damit kommt man nicht weiter. Man kann sich nur mit besseren messen und an besseren lernen und weiterkommen. Und das war unser Ziel für diese Saison. Wir haben ein Spiel verloren, das war, weil wir vorher, das Jahr vorher haben wir einen Scrimmage gegen die Capricorns gehabt, gegen Bad Tölz. Und das war halt eine Kopfsache. Im Scrimmage haben wir die wirklich vom Platz geschossen. Und jetzt sind dann wirklich alle so, oh ja, schaffen wir schon, walk in the park. Und dann haben wir eben doch auf den Sack gekriegt. Also, man muss auch die Mentalität und die Einstellung der Leute noch so ein bisschen hindrücken, dass man eben, wie gesagt, wir spielen nicht für die Erding Bulls. Wir sind halt die Erding Bulls. Aber es sind ebenso froh, wie gesagt. Wir kommen mit ein anderes grandi- gain. Wir kommen hin durch. Wir kommen mit ihren Schrauben in Deutschland. Wir kommen auf den Sack- undverletzenden quasi über für denhy� Vielen Dank.